Nach zwei Stunden war es traurige Gewissheit. Ein Elfjähriger wurde tot aus dem Rottgauer Badesee, südöstlich von Frankfurt geborgen. Nachdem ein Elternteil den Jungen als vermisst gemeldet hatte, startete ein Großaufgebot von Rettungskräften eine intensive Suchaktion, an der auch Taucher und ein Helikopter beteiligt waren. Sie konnten das Kind nur noch leblos bergen. Reanimationsversuche auf dem Weg ins Krankenhaus waren erfolglos. Die Begleitpersonen des Kindes sowie ein Schwimmmeister wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Am Montag soll das Strandbad geschlossen bleiben. Ob es am Tag darauf wieder geöffnet wird, ist noch nicht entschieden.